so ein wunderschönen willkommen zu einer eingeschriebenen aufnahme also heute ist gerade mal der 19 also dienstag ich mal hier nach unten so wegen weil organisatorischen dingen mache ich heute schon mal die aufnahmen so frisur setzt keine ahnung ist auch völlig egal okay hexen folge 21 ich hoffe das stimmt auch da waren wir so was so 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 Achso! Achso! Hatte ich ein Full-Gloat mit ihm, was ich fange. Oh, ja. Okay. Oh, was? Was? Oh. Komm mal, Papa. So, der wird mal speichern, ja. Was ist das hier? Okay. Oh. Der wird mal speichern, ja. Da ist noch was. Da ist eine Tram. War ja auch ein Schalter? Nein, da war kein Schalter. Gut, gucken wir mal. Hier ist auch kein Schalter. Hier ist auch kein Schalter. Gut, ich schaue mal, da gehts weiter. Von da kamen wir, glaube ich. Genau, das hält mal, wenn ich etwas runter. Oh, oh, oh nein. Oh. Ich glaube, wir fällt mal runter. Kann das sein? Oh, wow! Was? Oh, 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 bitte nicht rumteleportieren hier. Oh, hier ist eine Stimme. Okay. War ich hier schon? Also da bei dem Abzweck, das ist bekannt vor. Ja. Das war, der war noch bereits. So, hier sind wir. Wow, 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 wo denn? Achtung! Ich soll jetzt einfach in diesen Sümpfen einfach Dauberfeuer machen. Ja, das ist noch einer, oder? Ah, nee, jetzt war diese Spritze. So, da ist der Ventil. Oh, jetzt habe ich es gerade zugemacht. Was? Ah, okay, da oben ist was. Warum ist es immer noch eine Strömung, wenn ich da unten noch das Ventil zugemacht habe? Dann macht doch hier eine Strömung gerade gar keinen Sinn. Hä? Egal. Und jetzt? Jetzt geht es wieder runter. Ähm, okay. Der Sinn erschließt sich mir jetzt hier noch nicht ganz. Und hier geht es wieder raus zu unserem Dingster-Boomster. Hier. Was war das denn schon wieder? Aha! Schau mal, na guck. Das geht wo hin? Ach so, ne, hier machen wir was. Mühe? Okay. Was zur Hölle? So, hier war noch diese eine Tür, wo ich die letzten gucken wollte, ob die auf... Ach, das ist die Tür! Ah, okay. Okay, gut. Gut, dann hat sich das also jetzt auch geklärt. Na gut, dann können wir hier an der Stelle jetzt mal wieder zurückgehen. Äh, ich nehme aber mal direkt den Weg hier, dann sind wir zumindest da, wo wir rausgekommen sind. Nein, nicht hier. Äh, 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 genau hier. So, sind jetzt wieder genau da, wie wir auch aufgehört, wo wir rausgekommen sind. So, genau. Ne, von hier kamen wir doch. Ja, von hier kommen wir. Kamen wir, genau. Oh, nee, wir werden uns doch, nee, wir werden uns doch, nee, wir sind da nicht. Oh, nein. Oh, nein. So, ich würde aber gerne halt doch nochmal den anderen Weg vorher abgehen, der hat ja, der ist ja wahrscheinlich irgendwo hingeführt, äh ne, da war jetzt der Geheimweg, der sich geöffnet hat, hier, also viele Räume einfach mal, scheint so ein neues Stilmittel zu sein, wow, wo soll jetzt noch ein Vogel, das gerade geschlüpft ist, gehen wir nochmal nach hier und speichern mal, äh, oh Gott, so viele Wege. Gut, wir gehen einfach mal wieder von links nach rechts. Stopp, 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 stopp. So, hier haben wir ein paar Rückstoß, äh, Discs, die, womit man Gegner wechseln kann. So, da geht eine Treppe hoch. Okay, also schaltet sich jetzt bisher noch nicht. Hä? Entweder war ja nur so ein Schalter oder wir haben ihn übersehen. Nö. Da war nur so ein Schalter. Na gut, dann gehen wir halt nochmal. Da war die Treppe, genau. Stürb halt, bist Viech. Oh, oh. Oh ja. Oha, er bleibt los an. durch diese scheiß linge kann man aber auch nicht treff doch mal Oh, fortaler Angriff, easy, so, ich lege sonst nichts mehr, oh, dort sind wir schon wieder hoffenwärts von diesen Fischer, sehr schön. So, wo geht's hier? Wow, ah! Ah, schon wieder, wie oft spawnen die denn hier bitte? Was macht denn mal sowas von, naja, alter, ey, vor allem, alter, Schwede. Schön, dass du meine S-Taste nicht angenommen hast. Ah, ist jetzt mal gut, wie oft spawnen die denn hier bitte? Die Frage ist sowieso, was müssen wir jetzt machen, wo müssen wir jetzt hin? Äh, ja, ist ja gut, jetzt klappe. So, hier war sonst nichts weiter. Außer, dass die mal so durch solche Fischer rumhängen, ganz klar. Sag mal, jetzt kommen die schon wieder, ey, klug das nicht. Jetzt, was wir nach verfickten Frequenz wollen denn hier bitte? Ich muss hier raus, ist ja, ist nicht zu blöd. So, die Frage ist wie gesagt, wie müssen wir es hin? Äh, so, hier ist das Spiegel. Okay, hier oben, hier oben. Ja, hier oben, ja, hier oben, ja. Ich weiß nicht, hier oben, das ist doch immer wieder. Ah, ich fange mal dazu. Wow. Okay. Hey, hey! Hey, wie gesagt, im Sumpf immer hier Dauerfeuer, hat nämlich den Vorteil, dass sobald ein Viech auftaucht, dass er direkt getroffen wird und damit ein eigener Angriff unterbricht. Oh! Oh, kommen wir da jetzt hier durch? Wow! Die Bomben sind ja alle ein bisschen zu häufig. So, die Frage ist, was muss ich tun, um da hinzukommen? Hier scheint sie uns verlangt zu gehen. Ah! Oh Gott! Halb! Äh, passt auf! Jede, ich bin jetzt hier unten. Das Problem ist, diese Fischer-Responten sowieso so häufig... Oh, fuck my life. So, schnell bevor ich wieder wieder spawn. Äh, soll ich was hier machen? Was ist hier noch so alles? Ein paar grüne Flächen. Flaschgames? Gut, dann gehen wir erstmal mal runter. Was? Ähm. Ah, okay. Das war's. Gut, dann gehen wir direkt wieder raus hier. Und, äh, was gab's? Ich darf noch was? Hier ist noch was am... Oh. Ah, komm, ich runter. So, da hinten ist noch was Weißes. Gibt's noch was Weißes? Äh, äh, nö. Nö, hier geht's auch so lang. Die Frage ist halt nur, wohin lang? Ah, da hinten ist noch was Weißes. Äh, da so. Da hängt man aber nicht da auf. Schade eigentlich. So, ist hier noch was? Nope. Dann ist da hinten noch was Weißes. Hier so. Ah, na, schau mal, na, guck. Schau mal, na, guck. Ich weiß noch nicht, wann das Ding jetzt aufgegangen ist, aber ist auch egal. Für uns wichtig ist es nur, dass es aufgegangen ist. Oh, 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 oh. Nein, also vor allem auch für diese... ... etwas stärkeren, glaube ich. Oh, 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 oh. das ist ganz schick komme ich jetzt herauf würde sinn machen vor allem würde es sich anbieten ach halt da ist noch das noch ein ventil aber erst mal hier noch noch ein flaschen und dann so hier ist ein ventil klang nicht so gesund das heißt ich muss einmal so und dann hier so die frage ist was davon führt jetzt wohin wir gehen einfach mal irgendwo unter und guck mal wie rauskommt mal schau mal in der kuck aha okay das war der erste streich so was jetzt hier gespawnt so was jetzt hier gespawnt ja der sprung hat natürlich alles andere als intelligent das genau bewirkt auf die seite muss ich sagen also hier unten ist noch eine verbindung von diesem kleinen dingster wo es da kommt da kommt das ist ja viel zu lange hier geht es nicht zu lang da geht es nicht zu lang das war nur das ist kein ding da ja auch eine art und falle nicht gespeichert ja gut ist ohne weiter schlimm wollte bisher hier in dem moment nichts interessantes gefunden außer einmal eine rüstung und die informationen dass der anruf gar nicht geworben hat halt mal genau falsche dafür das war der wo wir so hier war das so hier müssen wir jetzt über rennen oder was so 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 hier sind wir wo Was ist das? Ich hab das nicht mehr Probleme. Okay. Was ist das? Das Technik. Oh Gott. Oh Gott, du hast die Macht von Buffy. Oh Gott, du hast die Macht von Buffy. Oh Gott. Oh Gott. Nee, kommt raus hier. Oh, ist das gerade geöffnet? Lass mich hoch. Hä, bin ich doch schon wieder hier? Hat sich die nicht gerade erst geöffnet? Aber da waren wir doch gerade schon drinnen. Das macht ja mal sowas von über keinen Sinn. So, wo kommen wir da? Achso, von da kamen wir gerade. Ja gut, das hat er sich dann natürlich überhaupt nicht gelohnt. Ich... Nee, wie viel fliegt? Ah! So! Habe ich gerade falsch geguckt. Ähm, die Frage ist... So, von... Von da hinten kamen wir. Die Frage ist, was ist da hinten? Da scheint es auch noch was zu geben. Da muss ich aber jetzt mal gucken, wie ich da hin komme. Oh! Okay, dann komme ich da mal mit raus. So! So, muss ich also irgendwie ein bisschen hoch springen oder sowas? Na komm! Vergas dich! Ja... Danke! So, komme ich da... Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Okay... Äh... Was wäre hier noch interessant? Da schein' es noch was zu geben. Es sieht zumindest danach aus. Na gut, komm. Wir gehen jetzt mal hier wieder raus. Ich habe nämlich absolut keinen Plan, was wir jetzt hier überhaupt alles gemacht haben, was wir jetzt noch machen müssen, wo wir überhaupt waren. Achso, nee. Unterkriechen wird ein bisschen illegal. Wir gehen mal den offiziellen Weg und der geht wo eigentlich lang? Hier so. Ich führe noch einen. Aha. So, wir haben jetzt mittlerweile zwei Schlüssel. Leider sehe ich nicht, wie die heißen. Hallo, kommst du bitte her. Ach komm, leg mich am Arsch. Interessiert mich nicht. So, wir gehen erstmal runter. Ihr kommst hoch, war das nicht. Den Sprung hätte ich locker überlebt. Okay, wir gehen erstmal heim, weil wir ein Heimkind sind. Du, 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 du. Gucken dann mal. Nee, jetzt sind wir hier wieder in der ganz Anfangsmap. Oh Gott. So, egal. Auf jeden Fall, ähm... Wenn es da hinten ein Tor gibt, hier gibt es hier vielleicht auch ein Tor. Tut's aber nicht. Schade eigentlich. Gut, dann gehen wir trotzdem mal dahinten rein. Achso, hier wieder. Ah, gut. Naja, na gut. Kommen wir hier wieder in die Hauptmap? Wo bin ich jetzt überhaupt? Achso, hier bin ich. Boah, Männchen, mal, da ist noch was. Hier scheint es zu gehen. Oh, meiner. Ja, es klappt. Uh, nice. Hat es geklappt? Mit diesem scheiß Auto-Aim zu spielen. Das war ein bisschen kompliziert, aber wenn man es auszutricksen kennt, geht es tatsächlich. So, unsere Map, da wo wir hinwollen, ist hier. Genau. So. Okay. Genau, das war die Map, wo wir waren. Die Frage aller Fragen, jetzt können wir jetzt endlich mal hier rein? Nee, heißt also, den Axt-Key haben wir immer noch nicht. Der ist interessant. The next question ist, was können wir denn jetzt überhaupt alles tun und machen? Hier waren wir bereits drinnen. So, da hinten ist war ein Strich, aber hier, aus dem Raum können wir erstmal nichts machen. Ach, Gott, das war ja diese komische Presse da. Diese komische Druck-Presse. Hier konnten wir auch nichts machen. Was Neues ergeben hat sich hier wahrscheinlich auch nicht. Genau, hier haben wir den Kopf eingefügt, aufgrund dessen ging ja hier der ganze Boden runter. Ah, gut, ich gucke mal jetzt mal kurz Feierabend und dann gucken wir in der nächsten Folge, nachdem es weitergeht. Ähm, das habe ich gar nicht gespeichert. Loll. Aber, scheinbar habe ich egal. Schauen wir mal.